Ganz hat der Torhüter keinen Schuss. Weder ein Tor für den FC Bayern und eine komfortable Führung jetzt. Damit ist es entschieden, oder? Zumindest sind die Bayern auf einem richtig guten Weg. Also wir haben im Fußball schon viel erlebt, aber so wie das hier heute läuft, sollten sie das packen. Sie liegen deutlich vorn.